Erstmal möchte ich mich für die herzliche Einladung und einführenden Worte bedanken. Die Bauhaus-Community, das Bauhaus-Netzwerk in Deutschland und weltweit, funktioniert immer wieder. Hubertus Gassner ist genannt worden. Wir kennen uns auch schon, ich glaube, seit 1987 oder 1988. Die Welt ist klein und jetzt braucht es also auch nur einen Anruf, als ich hörte, hier wird eine Bauhaus-Ausstellung mit wunderbaren Grafiken im Wesentlichen vorbereitet, habe ich sofort gesagt, ich muss einfach herkommen. Und Sie sehen einen glücklichen Menschen hier stehen, denn es ist tatsächlich selten, dass man eine solche Fülle an originalen Grafiken sich angucken kann. Selbst im Weimarer Bauhaus-Museum hängen mittlerweile Faximiles, was mich natürlich sehr schmerzt. Und ich habe natürlich den Katalog in die Hand bekommen. Ich habe im Computer auch zur Vorbereitung die ausgestellten Werke gesehen und ich bin hier reingekommen und mir ist das Herz aufgegangen. Es ist etwas ganz anderes, vor den Originalen zu stehen. Genießen Sie es also auch, ich glaube, es passiert nicht so oft in einem Leben, dass man solche Grafik tatsächlich sehen kann. Sonst muss man in ein großes grafisches Kabinett gehen und lässt sich jedes Blatt einzeln vorlegen, aber 30 oder 40 oder 50 Blätter, da werden die Kuratoren, Kustoden sagen, nein, drei Tage lang machen wir das nicht. Also genießen Sie einfach diese einmalige Situation. Ich habe es schon ein bisschen getan. Im Schwenk, im Augenschwenk ist mir auch aufgefallen, dass ja nicht nur Bauhaus gezeigt wird, war ja auch gar nicht angezeigt, sondern es ist die europäische Avantgarde vereint. Aber wenn man genau hinguckt, ist es wieder ein Ausschnitt der europäischen Avantgarde und der Avantgarde, die um das Bauhaus herum sich etabliert hat. Es sind die wichtigsten Gruppen, die auch Einfluss auf die deutsche und westeuropäische Kunst genommen haben. Es ist die große Gruppe der ungarischen Künstler, die ja zum großen Teil auch ins Exil getrieben worden sind nach einer Kontrerevolution in Ungarn. Und es ist eine auch große Gruppe von russischer oder sowjetrussischer Avantgarde, die hier gezeigt wird. Es sind also nicht die französischen Künstler, es fehlen auch die Italiener, die Futuristen und einige andere. Und das ist eigentlich sehr, sehr typisch dann auch für die Reflexion des Bauhauses. Jetzt zu meinem Vortrag. Die zwei Signets, die am Anfang stehen, zeigen schon etwas von dem Geist des Bauhauses. Das erste auf der linken Seite von einem Studierenden, einem Meisterschüler immerhin schon, von Karl-Peter Röhl in einem studentischen Wettbewerb als erster Preisträger gekürt, als das offizielle Signet, das Dienstsiegel immerhin einer staatlichen Hochschule. Also nicht Jux und Tollerei und überall, wenn Sie Fälschungen in die Hand kriegen, in Grafiken, dann gibt es dann irgendwo Stempel drauf. Geht nicht. Das sind offizielle Dokumente gewesen, die damit bezeichnet worden sind. Und wir sehen, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und das zweite Signet, nur drei Jahre später, und ich frotzle dann immer ein bisschen, sicherlich das Ministerium und der Minister, das Land Thüringen war gegründet, hat dann gesagt, nee, es müssen ordentliche Stempel für die staatlichen Institutionen und auch die Hochschulen her. So ein unordentliches, unrundes Ding kann nicht mehr das Dienstsiegel dieser staatlichen Hochschule Bauhaus sein. Da gab es wieder einen kleinen Wettbewerb, einen eingeladenen Wettbewerb unter den Bauhausmeistern, die mittlerweile alle eingetroffen waren, mehr oder weniger eingetroffen waren. Und der Sieger war Oskar Schlemmer. Das zentrale Element des ersten Dienstsiegels wird übernommen. Nämlich immer noch steht der Mensch im Mittelpunkt. Aber diesmal ist es dieser wichtige Körperteil, wo man sich dann an den Kopf fassen kann. Da, wo dann die Gedanken, die Ideen und vielleicht auch die kühnen Pläne entwickelt werden. Und das finde ich auch sehr, sehr schön für eine Schule. Wir gehen aber nochmal zehn Jahre etwa zurück, nämlich nach Berlin. Das neue Kunstzentrum Europas, nicht mehr Paris, aber auch nicht Moskau, New York oder Wien, sind die Kulturstädte der Zukunft, sondern in Berlin trifft sich die europäische Avantgarde. Und das Dank eines, heute würde man sagen, genialen Kulturmanagers, nämlich Herbert Walden, der nicht nur eine Galerie gegründet hat, ab 1910 einen Verlag gegründet hat, eine eigene Zeitschrift gegründet hat. Wir sehen der Sturm hier, es hängt auch hier in den Räumen, der eine eigene Kunstschule gegründet hat und auch eine eigene Bühne. Mehr kann man als Kulturmanager und privat gar nicht machen. Das geht 1910 los. Und dann passiert etwas Außerordentliches. Noch vor dem Ersten Weltkrieg zur großen Herbstausstellung 1913 versammelt Herbert Walden die europäische Avantgarde in Berlin. Ungeachtet aller Streitigkeiten und Ismen, die es ja damals schon gab, ich nenne einige, also der deutsche Konstrukt, der deutsche Expressionismus beginnt ja schon etwa 1905. Es geht weiter mit dem russischen Konstruktivismus, mit dem italienischen Futurismus, mit dem französischen Kubismus. Dada bewegt sich auch schon langsam los als europäisches Phänomen. All das, was die Kunsthistoriker bis heute sehr, sehr schön scheiden, hat Herbert Walden, ich sage immer als einer, der auch etwas mit Bauchgefühl arbeitet, als Kurator und als Museumsmensch, auch mit eigener Position und damit mit Risiko. Er hat erkannt, wir haben eine neue europäische Avantgarde-Bewegung. Mit gemeinsamen Zielen, ähnlich wie es kaum zehn Jahre davor ja auch schon eine bedeutende europäische Reformbewegung gab, die im deutschen Jugendstil heißt, in Frankreich Art Nouveau und in England Modern Style. Und schon wird deutlich, auch das ist eine europäische Bewegung mit einem Formspektrum, das man nicht mehr mit klassischem Stil, Vokabular überhaupt definieren kann. Ich sage es nochmal für den Jugendstil, ein radikaler Rationalismus eines Adolf Loos steht relativ gleichberechtigt neben Henry Van de Welde oder René McIntosh. Also nicht der Stil ist entscheidend, sondern eine große pluralistische europäische Reformbewegung und die haben wir nun spätestens 1913 versammelt in Berlin. Und das ist für das Bauhaus außerordentlich wichtig und interessant und ich habe ja nur mal Kandinsky hier herausgehoben, der eben sogar eine eigene Sturmpostkarte hatte. Oder dann natürlich ein eigenes kleines Katalogchen, die waren durchaus bescheiden, das waren manchmal nur 5, 6, 7, 8 Blättchen, nur mit bescheidenen Schwarz-Weiß-Abbildungen. Also all das wurde zusammengeführt und aus diesem Pool an Personen, auch internationalen Personen, speist sich dann der Lehrkörper am staatlichen Bauhaus in Weimar. Der zuerst Berufende, der auch die Programmatik illustriert hat, gewissermaßen war, Lailen Feininger mit seinem berühmten Titelholzschnitt für das Programm des Bauhauses, die Kathedrale, teilweise sogar die Kathedrale des Sozialismus. Und als ein Ostsozialisierter, der hier steht, sind es dann auch die Sowjetsterne, wie sie dann auf den Kreml-Türmen da sind. Das mache ich dann immer natürlich mit Augenzwinkern. Dann auch aus den Nähkästchen geplaudert, 1923 zur großen Bauhausausstellung hatte Oskar Schlemmer dann ein bisschen die Redaktion unter sich. Und da ist eine Publikation gemacht worden, da stand dann eben Kathedrale des Sozialismus, das hat dann Gropius gleich wieder eingezogen. Also Kathedrale der Zukunft, darauf würde ich mich gerne einigen, sehen wir auf der linken Seite. Und was ist es, was wir da sehen? Wir sehen eine dreitürmige Kathedrale, das ist auch schon was Eigenartiges und Seltenes, eher gotisch anmutend. Der große Bau der Zukunft nach dem Ersten Weltkrieg. Ein Bau der Gemeinschaft, eine Schule der Gemeinschaft, in der alle künstlerischen Disziplinen wieder vereint werden sollte unter der Ägide der Architektur. Und jetzt sage ich doch noch etwas zu dem Sternmännchen, weil ich das sehr schön finde, weil das auch ganz jenseits aller Stildoktrinen ja vor uns steht. Ich hatte schon gesagt, im Mittelpunkt steht der Mensch in einer solchen Schule. Und Gropius hat gefordert, wir müssen alle Talente der jungen Menschen ausbilden. Also nicht nur einen eng gestrickten, bildenden Künstler, Architekten, Formgestalter, vielleicht sogar Bühnenkünstler, sondern alle Talente sollen ausgebildet werden. Und eine zentrale, auch politische Forderung der Neuen Republik wurde von bürgerlichen Intellektuellen im Arbeitsrat für Kunst aufs Tablett gehoben. Die wichtigste Forderung war die Revolution, sage ich dazu, im Bildungswesen. Die Schaffung einer Einheitsschule und einer Arbeitsschule und mit zu den schwersten Arbeitsfeldern, wie wir wissen, gehört Kunst. Zum Beispiel auch Tanzen, wo man jeden Tag mindestens vier oder sechs Stand trainieren muss. Bei den Musikern ist es dasselbe. Also Kunst ist Arbeit, deshalb Arbeitsschule. Und Chancengleichheit als ein zentrales Thema, was, wie wir wissen, bis heute an unseren Schulen und Hochschulen nicht wirklich durchgesetzt worden ist. Auch damals in der Weimarer Republik nicht durchgesetzt werden konnte. Aber in der besonderen Situation der Provinz, der kleinen Provinz Weimar und Thüringen, zumindest an dieser sehr eigenartigen Neugründung einer Hochschule für Gestaltung mit dem Titel Bauhaus durchgesetzt werden konnte. Es waren gerade am Anfang 1919 mehr als 50 Prozent Frauen und Mädchen, die am Bauhaus studiert haben. Es waren über 25 Prozent ausländische Studierende. Die großen Gruppen hatte ich schon genannt, die Ungarn zum Beispiel, aber auch eine große deutsch-jüdische Fraktion aus Wien, die mit Johannes Itten ans Bauhaus gekommen war. Alles regelrechte Reizwörter für die Politik. Es war eine staatliche Schule in Weimar, die dann gefordert hat, eigentlich können wir keine Juden hier ausbilden lassen. Das ist nicht das Thema des Bauhaus gewesen. Eigentlich können wir die kostbaren Werkstattplätze nicht an junge Frauen vergeben. Und in den letzten Filmen, die teilweise auch ausgestrahlt worden sind vor drei Jahren, ist dann ein ganz eigenartiges anderes Bild gezeichnet worden. Nein, all diese Restriktionen, die tatsächlich auf das Bauhaus geprasselt sind, hatten einen echten politischen Hintergrund. Aber nochmal zu diesen Sternenmenschen, was ich sehr schön finde. Es ist natürlich der berühmte Renaissance-Mensch Leonardo da Vinci's im Kreis und Quadrat. Quadrat fehlt hier noch. Nur dieses Männchen ist natürlich sehr runtergehungert 1919. Die Studenten sind teilweise am Webstuhl umgeklappt oder in der Werkstatt aus Hunger oder aus Krankheit. Aber ein solches Strichmännchen, was es natürlich auch neben dem Renaissance-Menschen sein könnte, ist die Doppelruhne für das männliche und weibliche Prinzip. Also ein anderer Code, der hier drinsteckt. Und schließlich, eine Kariatüde ist es natürlich auch. Und es wird die älteste Hochkultur in Form der Pyramide getragen, in dieser Avantgarde-Schule Bauhaus. Also nicht eine von weißen Göttern aus Berlin oder Moskau nach Deutschland getragene Schule. Nein, eine Schule mit Lehrkräften aus ganz Europa, die die Weltkultur sozusagen als ihren Background sieht. Und dann ist es sehr einleuchtend, dass der Kopf dieses Männchen, halb schwarz, halb weißes, also Ying und Yang, darstellt. Und wir die Swastika, das Hakenkreuz haben, das Glücksrad der Buddhisten und andere kosmische Symbole, Sterne und vielleicht den Mond noch dazu, die das Bauhaus in eine lichte Zukunft tragen sollten. Darunter hat sich dann alles schon etwas gesetzt. Drei Jahre später gab es dann eine echte Diskussion unter den Lehrkräften, die sich Meister nannten, auch bescheiden Meister nannten. Und hier sind einige Erfindungen zu vermelden für das Bauhaus, in die dann solche heute berühmten Künstler wie Kandinsky, Klee, Feininger, Itten, Muche, Schlemmer, Lassle-Moholinoj und so weiter ihre individuellen Erfahrungen als bildende Künstler, als Avantgarde-Künstler eingebracht haben. Zu den wohl entscheidendsten Erfindungen eines dreieinhalbjährigen Studiengangs bis zur zweiten Doppellinie gehörte erst einmal Basierung einer Hochschulausbildung in Werkstätten oder auf Werkstätten. In Weimar sollte, musste jeder Studierende einen Vertrag mit der Handwerkskammer zu einer Lehre abschließen. Dazu kam aber dann als äußerer Ring ein Semester Vorlehre, der berühmte Bauhaus-Vorkurs, den Johannes Itten sozusagen sich hat einfallen lassen. Ein Probesemester, was ich auch heute in allen Universitäten, Hochschulen gerne etablieren würde. Nämlich eine Selbsterfahrungszeit, wo man noch nicht mit Noten und Profi-Unterricht behelligt wird, wo ausländische Studierende, die schlecht Deutsch können, erstmal ein Niveau in der deutschen Sprache erreichen, schon den Beginn der Fachsprache gemeinsam mit den deutschen Kommilitonen erreichen können. Und wir sind ja in einer Zeit, wo neue Berufsbilder kreiert worden sind. Es gab das Berufsbild des Designers noch nicht. Das Bauhaus ist aber de facto eine der ersten, wenn nicht die erste Designerschule der Welt. Das heißt, vom ersten Tage an haben Studierende und Lehrende gemeinsam die Fachsprache, die neue Fachsprache der Gestaltung für industrielle Formgestalter gemeinsam entwickelt. Was passierte noch in diesem Vorkurs, wo eben insbesondere eben die internationalen Avagad-Architekten, die Namen sagen ja, wo sie herkommen, sich kreativ eingebracht haben. Unter anderem mit einem Mentalitätstraining, Ruhe- und Konzentrationsübungen wie in einem buddhistischen Mönchskloster. Man muss sich das vorstellen. Wir haben ja gerade gehört, schon die Kunst war völlig unverständlich. Und auf einmal in einer staatlichen Hochschule werden Mentaltechniken, ostasiatische Mentaltechniken, verinnerlicht und gelehrt. Bemerkenswert. Und schließlich konnte man auch seinen eigenen Typ erfassen oder sollte seinen eigenen Typ erfassen. War man Frühling, Sommer, Herbst oder Wintertyp? Was waren die Lieblingsfarben? Heute müssen insbesondere die Damen, aber auch die Herren, wenn sie das wissen wollen, viel Geld dafür bezahlen. All das gehörte zum Vorkurs, damit die Studierenden für sich herausfinden konnten. Sind sie überhaupt für einen gestalterischen Beruf geeignet? Und zweitens, für welches spezielle Feld ist ihre eigene am größten? Es gibt Menschen, die können nicht dreidimensional denken. Die sollten also die Finger von dreidimensionalen Dingen, Möbel, Werkstatt oder Architektur lassen. Können aber durchaus im Grafikbereich, Grafikdesignbereich oder im Textilbereich Außerordentliches leisten. All das sollte man für sich in Ruhe austesten. Last but not least gehörte es dazu, dass man nach dem Semester alle Arbeiten zeigen musste, vor der Prüfungskommission. Das war mehr, als in diesen Räumen zu sehen war. Man musste fleißig sein. Also die Woman- oder Manpower musste man nachweisen. Und etwas Zweites sollte man nachweisen in diesem Semester, ob man für Gemeinschaftsarbeit, heute würde man sagen Teamarbeit, befähigt war. Nicht der Einzelkünstler, nicht der Ellenbogentyp war gefragt, sondern kreative Menschen, die gemeinsam neue, ungelöste Aufgaben, neue Ideen verwirklichen konnten. Jetzt kommen wir aber doch zu den Künstlern und zu den Leistungen, die sie innerhalb des Bauhauses erbracht haben. Leiland Feininger hat überhaupt nicht direkt unterrichtet am Bauhaus. Aber als einer der ältesten Künstler mit den meisten Erfahrungen hat er durch sein Vorbild gewirkt und damit quasi gelehrt. Er zeigt im Frühjahr, Frühsommer 1919, also ganz am Anfang des Bauhauses, Gründungsdatum ist der 1. oder 12. April, je nachdem, wie man die Daten immer zuordnet, im Weimarer Oberlichtsaal, also innerhalb der Hochschule, seine Arbeiten. Und meines Wissens erstmals auch seine berühmten Naturnotizen, seinen Zettelkasten, wie Schriftsteller Zettelkasten hatten, hatte Feininger auch seinen Zettelkasten sein Leben lang. Vier große Skizzenblätter, aus denen er dann sein Leben lang schöpfte. Und dazu gehört insbesondere dann Weimar mit dem Weimarer Umfeld, mit der wunderbaren Liebesgeschichte. Er ist schon 1906, 1907 nach Weimar gekommen mit seiner Freundin und Geliebten Julia Berg, beide verheiratet, beide mit Kindern in Berlin, also großer Skandal, also musste man weg aus der Hauptstadt und hat sich dann in Weimar getroffen und daraus ist dann eine lebenslange Ehe mit drei Kindern geworden, aber auch eine lebenslange Ehe mit den Motiven Weimar und Umgebung, die berühmten. Da haben wir einiges zu sehen. Was passierte aber noch unter der Leitung von Leine Feininger? 1921 übernimmt er die Druckerei-Werkstatt des Bauhauses, die eine besondere Werkstatt war. Nämlich eine Werkstatt, die bewusst allen Bauhäuslern offen stammt, den Studierenden und allen Lehrenden. Dort konnten sie ihre künstlerischen Druckgrafiken realisieren, entweder selber drucken oder mithilfe von Studierenden drucken lassen. Das heißt also, bildende Kunst war existenzieller Bestandteil der Ausbildung für alle Gestaltungsbereiche, für die Tüschler und Keramiker, für die Weber etc. etc. Das heißt, alle Talente sind zu fördern. Deshalb eine offene Werkstatt, eine besondere Werkstatt. Dieser stand Leine Feininger vor. Und was macht dieser Mensch mit seinen Erfahrungen aus der Sturmgalerie? Er gibt heraus mit dem gesamten Bauhaus, also auch mithilfe von Walter Gropius, Bauhausdrucke neue europäische Grafik. Das ist die wohl bedeutendste europaweite Grafikedition weltweit überhaupt. Es werden in fünf Mappen die französischen Avantgarde-Künstler, italienischen Avantgarde-Künstler, die deutschen, insbesondere die Expressionisten, alle Bauhauskünstler und die russischen Avantgarde-Künstler zusammengefasst, so wie es Herbert Walden eben schon zehn Jahre zuvor praktisch vorgemacht hat. Mit diesem Projekt wurden die Studierenden beauftragt. Das heißt also, Studenten kriegen die Druckplatten, die Druckstöcken aus ganz Europa und dürfen nun selber drucken. Finde ich auch etwas Wunderbares. Und das Ganze ist ein großes Kollektivwerk verschiedener Werkstätten, denn eine Mappe wird nicht in einer Druckerei-Werkstatt gemacht, sondern in der Buchwunderwerkstatt des Bauhaus unter Leitung von Otto Dorfner. Und die Typografie, wir sehen hier zwei typografische Ansätze. Eine Typografie links ist von Lionel Feininger, auch etwas seltenes in seinem Oeuvre. Und auf der rechten Seite eine Typografie von Oskar Schlemmer. Also auch hier immer wieder Beispiele für Gemeinschaftsarbeit und Teamwork am Bauhaus. Und zum guten Schluss sollte ja eigentlich Geld mit eingespielt werden für die immer auch unterfinanzierte Hochschule in Weimar. Wir bewegen uns aber 1921, 22, 23 und da brauche ich Ihnen nichts zu erzählen. Wir sind gerade auf einem guten Weg in eine fulminante Inflation. Damals gab es aber eine Inflation, wo man immer eine Null gleich ransetzen konnte. Also in 10er Potenzen ging es Wochen- oder Monateweise weiter. Man konnte dann mit den Geldscheinen gut tapezieren, aber kein Brot mehr einkaufen. Also wurden ein Großteil dieser wunderbaren Mappen, die heute mit 100.000, 150.000 Euro gehandelt werden, einfach unverkäuflich irgendwo in einem Lager aufbewahrt. Sie haben leider, ich habe also keins dieser Lager gefunden, auch bei Otto Dorfner. Ich bin also gut mit der Dorfner-Familie in Weimar, die eine eigene Kunstsammlung hat, verbunden. Selbst Otto Dorfner hat sich keine 10 Mappen irgendwo an die Seite gelegt. So, aber ein Beispiel für Gemeinschaftsarbeit und internationale Zusammenarbeit am Bauhaus. Johannes Itten ist einer der wenigen, wenn nicht gar der einzige, ausgebildete Lehrer, also ein richtiger schweizerischer Grundschullehrer, aber auch natürlich bildender Künstler, der wie ein Guru schon eine eigene private Kunstschule in Wien gehabt hat, mit besten Beziehungen zu Frau Mahler, dann Frau Gropius, Werfel und so weiter. Also eine der ganz wichtigen europäischen Kulturfrauen. Egal mit welchen Männern sie da jedenfalls liiert war. Also eine wirklich wichtige Kulturmanagerin, würde man sagen. Sie war es wohl, die Itten und Gropius schon in Wien zusammengebracht hat. Und deshalb gibt es dann also die interessante Bewegung einer, wie ich es schon angedeutet habe, einer großen Gruppe von Wiener Studentinnen im Wesentlichen mit Itten nach Weimar. Und in Weimar publiziert er dann als derjenige, der die Grundlagen der Gestaltung vermittelt hat, eben Form und Farbe, die Essentials der Gestaltung, Form und Farbe, seine berühmte Farbenkugel, die wir hier abgebildet sehen, auch manchmal als Farbkreis bezeichnet, aber man kann es durchaus ausschneiden und als eine Kugel dann zusammenführen. Publiziert er in Weimar, aber er ist nicht der Einzige, der sich mit Form und Farbe auseinandersetzt. Ich sage es jetzt schon vorab. Weimar war, das Bauhaus war in Weimar auch die erste Hochschule der Welt, nach meinem Kenntnisstand, die ein pluralistisches Lehrkonzept hatte. Die erste Schule des Erfindens, die erste Hochschule des Erfindens. Und jetzt streite ich mich mit meinen Kunsthistoriker-Kolleginnen und Kollegen, denn ich sage, wenn ich das Bauhaus als die erste Hochschule des Erfindens definiere und es versuche zu beweisen, ist es das Gegenteil von Stil, nämlich Stil ist Nachahmung. Und einer meiner Argumentationsstränge besteht darin, dass eben zeitgleich, nachprüfbar, fünf, sechs, sieben Mal unterschiedlich diese Essenz der Gestaltung Form und Farbe gelehrt worden sind. Als subjektive Erfahrungsberichte von internationalen Avantgarde-Künstlern. Form und Farbe bei Itten, Form und Farbe bei Klee, Form und Farbe bei Kandinsky, Form und Farbe bei Schlemmer, Form und Farbe dann schon bei einem Studierenden, finde ich auch immer ganz bemerkenswert, bei Ludwig Hirschfeld Mack. Und dann kommt natürlich der Weimarer Background, die sind alle 500 Meter, 400 Meter weiter ins Goethe-Nationalmuseum gegangen, in das Archiv und haben sich die großen Farbtafeln von Goethe zur Brust genommen, die damals noch gar nicht veröffentlicht waren. Ich habe also dort nochmal recherchiert, es gab noch keine Farbveröffentlichung der Goethe-Farbenlehre. Also Goethe-Farbenlehre war sozusagen ein essentieller Anteil. Und schließlich gab es Wilhelm Ostwald, Nobelpreisträger für Physik, der wenige Jahre vorher die damals modernste physikalische Farbenlehre auch publiziert hat. Und die habe ich in der historischen Bibliothek des Bauhauses auch wieder entdeckt. Also mindestens siebenmal Form und Farbe mit dem Ziel, mit dem wichtigsten Bauhausziel, dass jeder einzelne Studierende seine Position zu den Essentials der Gestalten finden soll. Seine künstlerische Handschrift, würde man vielleicht heute sagen. Wie unterschiedlich auch die künstlerische Handschrift sich entwickelt bei einem Künstler wie Johannes Itten, habe ich hier mal in drei Beispielen benannt. Die Jahreszahlen stehen ja dran. Es geht also mit einer durchaus expressionistisch-futuristischen Komposition mit dem roten Stern auf der linken Seite los. Viel reduzierter und formal gestraffter ist dieses ganz wichtige Spiralmotiv, was auch immer mit Zukunft assoziiert wird. Aber dann schon 1922, also mitten immer noch in einem frühen Bauhaus, in einer frühen Diskussionsphase, schwört Itten der gegenstandslos abstrakten Kunst ab und wird wieder gegenständlich. Und das ist also spannend, dass es also eine Entwicklung gab, aber insbesondere bei Itten auch eine Zeitgleichheit. In einer Stunde macht er gegenstandslos abstrakt und wenn es ihm danach war, nach dem Mittagessen, wurde es dann gegenständlich. Also bei großen Stars wie Picasso wird das als ganz normal zur Kenntnis genommen, dass er von der blauen zur rosa und ich weiß nicht was Phase wechselt. Bei anderen Künstlern wird das bis heute nicht akzeptiert. Die Bauhauskünstler sind auch Betroffene. So, was passiert eben jetzt auch erkenntnistheoretisch in einem solchen Avantgarde-Gehirn, wie es das Itten-Scher war? Rechts oben diese aufgeklappte Zeitung oder ein Journal, Analysen alter Meister. Jeder tote Künstler war alter Meister im Verständnis der Bauhauskünstler. Ist ja heute auch anders, also das Geschichtsverständnis ist anders. Heute beginnt sozusagen die Neuzeit mit der Renaissance. Für die Bauhauskünstler, also die ganze Truppe, muss ich sagen, begann die Neuzeit mit der industriellen Revolution. Also eine andere Zäsur, auch Bewertung von Gesellschaft und Bewertung von Kunst. Darum, alter Meister kann durchaus also ein Künstler sein, der eben gerade erst mal 10 oder 20 Jahre tot war. Das ist aber jetzt nicht das Entscheidende. Wir sehen hier gewissermaßen eine Anleitung für Abstrahieren und Abstraktion als ein Erkenntnismodell. Auf der linken Seite, also in der Mitte ist erstmal Transparentpapier über einem Schwarz-Weiß-Foto, alter Meister. So, und jetzt wird auf der linken Seite in, ich glaube, sieben oder acht verschiedenen Abstraktionsgraden, sieben unterschiedlichen Zeichnungen das Essential der Komposition subjektiv dargestellt. Also ein Selbsterkennungsprozess, sage ich dazu. Das heißt aber, das Zeichnen und die Reduktion auf das Wesentliche sind die entscheidenden Faktoren. Im mittleren Bereich sehen wir, dass auch die Mathematik natürlich ein solches Abstraktions- und Erkenntnisfeld ist. Andersrum ist besser gesagt. Nämlich wir sehen in dem Dreieck oder mit dem Dreieck die Geometrie als eine der wichtigen mathematischen Felder und unten die Maßverhältnisse die Algebra, also Geometrie und Algebra als die zwei großen mathematischen Felder auch um Kunstwerke zu analysieren. Und schließlich das Dritte ein Kunstwerk verbal zu beschreiben, denn die Sprache ist ja auch schon eine, hat eine Distanz und ist ein Abstraktionselement gegenüber dem bildlichen Kunstwerk. Und hier sehen wir die eine der beiden Seiten von Bauhaustypografie. Wenn man schnell sich durch die Welt googelt, findet man Bauhaustypografie, die wir auch noch sehen werden, Schrift vereinfachen, querlesen, Unterstreichungen mit Balken etc. etc. Als ein Weg, um schnell an Wissen zu kommen. Und es gibt dann die zweite Seite der Medaille, nämlich durch eine komplizierte Typografie sich genau mit einem Text auseinanderzusetzen. Beides ist Bauhaus. Und jetzt passiert das auch mal dreidimensional und durch Itten auf der linken Seite, der berühmte Turm des Feuers von Johannes Itten, der leider verschollen ist, als er aus Deutschland fliehen musste, also auch vor den Nazis fliehen musste. Den habe ich schon auch, ich glaube, vor 1995 als großes Sponsoring mal restauriert, aber mit der gleichen Firma, die diesen Turm in Weimar 1921 hergestellt hat. Leider gab es keine Unterlagen mehr, sondern nur Originalfotos. Eine 4,20 Meter hohe einmalige Plastik, nämlich, ich behaupte, die erste Architektur Licht Klang Plastik der Welt. Und das wird durch die Glasfenster, die auf den ersten Blick ein bisschen wie gotische Glasfenster ich war heute hier in den Kirchen in Herford, habe mir da ein alt und neue Glasfenster angeguckt. Nein, aber das ist hier ein sehr kompliziertes, mathematisches, gekrümmtes Ding, das ist also nicht nur eine Rundung, sondern eine verzogene Rundung, geht mit dem Computer alles ganz leicht. Wir haben es aber über ein Modell damals alles gemacht. Und dann gab es eine Diskussion, da die Entwurfszeichnungen es in seinen Tagebüchern nicht erklären konnten, welche Farbigkeit hat das gehabt und dann haben wir uns eben auf die Farbenkugel, die eben zeitgleich publiziert worden ist, reduziert, sodass es wirklich tatsächlich dieser Farbenkugel ist, die wir hier angewendet haben. Da drin haben wir auf Fotos zwölf Schellen entdeckt, die aufgehängt waren. Er ist Schweizer gewesen, also keine Kuhglocken. Die Fotos sagen, es waren Schellen. Die funktionieren anders. Da sind also Kügelchen drin und es rasselt etwas mehr, also kein kein Klöppel, der da drin hängt. Und jetzt erzähle ich eine, ich schweife kurz ab mit zwei Sätzen. Als ich es restauriert habe, habe ich deutschlandweit, europaweit nach solchen Schellen gesucht. In Köln habe ich eine Firma mit einem solchen Portfolio gefunden und es hat dann ewig lange gedauert. Ich habe immer wieder telefoniert, es war alles vor den Internetzeiten und dann auf einmal kam es an und ich mache den Karton auf und falle in ein mittleres Koma. Ich war ein Jahr davor durch Burma gereist, als Architekturhistoriker natürlich in den Tempel gewesen und habe dann gesehen, auch an den Gebrauchsspuren, die mussten erst mal einen Diebstahlsauftrag nach Burma schicken, dann sind die von den Tempeln runtergeschnitten worden und dann kamen sie dann nach einem halben Jahr zu mir. Also das beschreibt also auch das Globale im Bereich der Kunst, das Globale im Bereich der Kunst hat er eben Itten wahrscheinlich ohne, dass er Tempel ausgeraubt hat, also auch schon gemacht. So, also eine Weltsensation diese Art von Plastik und dann gibt es Arbeiten von Studierenden, ich zeige mal drei Arbeiten von einem bis heute völlig unbekannten Menschen, der Nachlass liegt in Weimar, ist bis heute nicht wirklich publiziert, drei Arbeiten, die in ganz enger Zeit am frühen Bau passiert sind, das Spiralmotiv, was wir schon bei Itten gesehen haben in dem Gipsrelief. Meine Lieblingsplastik ist dieses aufragende Teil, vielleicht haben es einiges schon deuten können, ich bin ja groß geworden im Osten, schwer damit zu flugschauen. Das ist ein Flugzeugpropeller und die Alliierten haben natürlich auch damals schon gefordert, die ganzen Kriegsmaschinen, auch die Flugzeuge sind eben untauglich zu machen und ein halber Propeller ist dann zu einer futuristischen Plastik gemacht worden, ganz was Friedliches und ein Aufbruch in eine neue Zeit, wieder ein Nebensatz, es gab eine genehmigte Fluglinie in dieser Zeit in ganz Deutschland 1919, die zwischen der Reichshauptstadt Berlin und dem Tagesort der Nationalversammlung in Weimar, da sind zwei Kuriermaschinen täglich geflogen, also es ist noch was geflogen, dann die dritte Plastik, ein wichtiges Thema, was hier auch in einer oder zwei Arbeiten direkt angesprochen ist, nämlich Maschinenmensch, es war also wirklich eine, heute würde man sagen, eine Diskussionsplattform mal ein Semester lang am ganzen Bauhaus, wie können wir das Verhältnis zwischen Mensch, Maschine, Mensch und Industriegesellschaft künstlerisch darstellen und da finde ich, dass ich dieses ganz kleine Püppchen eine außerordentlich herausragende Arbeit von einem heute unbekannten Bauhausler. Das heißt also auch, oft war es so, dass Studierende durch dieses Umfeld, durch dieses permanent kreative Umfeld so gefördert worden sind, dass sie nur in diesen Bauhausjahren mit diesem speziellen, heute würde man vielleicht sagen in dieser speziellen Erfindungsblase, in dieser Cloud, dann auch zu solchen Leistungen fähig waren, wie der Theobald Emil Müller-Hummel. So, jetzt kommen wir zum zweiten wichtigen Künstler, nämlich Vasilij Kandinsky. Da möchte ich auch etwas zum Pädagogischen beitragen und zu dem Thema Bauhausstil. Einige werden es wissen unter Ihnen, er hat ja durchaus sowjet-russische Erfahrungen mit ans Bauhaus eingebracht, nachdem er natürlich schon Jahrzehnte in Deutschland gelebt hat, aber als unerwünschter Ausländer ist er dann natürlich nach Russland zurückgekehrt und hat nach Revolution wichtigste Positionen inne gehabt, unter anderem die Leitung eines Farbforschungsinstitutes und zweitens natürlich auch als Professor in einer Kunsthochschule. Und diese Erfahrung will er am Bauhaus nun weitergeben und weitertragen und er ergibt diesen Fragebogen aus, er initiiert diesen Fragebogen, heute würde man sagen, eine kultursoziologische Befragung mit diesen drei mathematischen Grundformen und der Fragestellung, die ja da steht, mit welchen Farben würden sie die Grundformen ausfüllen. 1922 oder 1923 in Weimar mit dem noch jungen, mit der jungen Wissenschaftsdisziplin Statistik ist herausgekommen, blauer Kreis, rotes Quadrat, gelbes Dreieck. Das wollte dann Kandinsky mit diesem Wissenschafts-Background tatsächlich zum Bauhausstil machen, weil es statistisch gesichertes Ergebnis ist. Weit gefehlt. Nehmen Sie sich bitte die Tagebücher von Oskar Schlemmer vor, der reagiert sofort darauf und ich mache mal jetzt ein freies Zitat und sage, mit mir nicht, mit mir ist der Kreis rot, weil roter Wein im Glas Rotwein und die japanische Flagge roter Kreis und dann sage ich einer, der zehn Jahre lang auch Baugeschichte und Geschichte, Kulturgeschichte gelehrt hat, Echnaton, auch ein Ketzer, erste monotheistische Religion, die Sonne, golden oder rot, im Gegensatz dazu der Mond, silbern oder blau. Wichtig ist aber in meiner Argumentation, das Bauhaus war die erste pluralistische Hochschule der Welt, also hier sofort Abschmettern von Stilgeschichten und ein offenes, weiterhin offenes Bauhaus, das sich auch Kandinsky stilistisch gewandelt hat. Die ganz frühen Arbeiten sind natürlich noch gegenständlich. Wir sehen, wenn wir genau gucken, als auch hier in den relativ frühen Werken auch noch gegenständliche Elemente und im Zuge der Bauhausdiskussion, im Zuge des Einflusses der holländischen Desteilbewegung, Theo von Duisburg war in Weimar, sehen wir rechts unten dann eben auch eine eher geometrisch geklärtere Situation. Das heißt also auch ein Mann wie Kandinsky hat ein breites Spektrum und durchläuft eine eigene stilistische Entwicklung. Und schließlich der dritte von den ganz wichtigen Leuten, Paul Klee, der auch Form und Farbe lehrt, das ist sein Job gewesen, nicht Kunst zu unterrichten, sondern Form und Farbe zu lehren und eine Werkstatt zu leiten oder auch Werkstätten zu leiten. Und ich habe hier mal Arbeiten ausgesucht, die sowohl das gegenständliche wie auch das gegenstandslos abstrakte belegen in sehr, sehr enger zeitlicher Nähe. Die Abstrakterin können wir möglicherweise mit seinem Unterricht in Verbindung bringen. Es ist tatsächlich überliefert, er war ein bescheidener, zurückgehaltener, eher introvertierter Künstler, der vielleicht so ein bisschen Angst davor hatte, sich vor 20 oder 30 Studenten zu produzieren. Also hat er in seinem stillen Kämmerlein, in seinem Atelier dann solche Bilder erstmal gemalt, die wir hier links und oben sehen, also wirkliche eigene Farbkompositionen, Farbuntersuchungen, um sie tatsächlich dann als Beispiele im Unterricht zeigen zu können. Und dann sehen wir seine heitere Seite, eine der Postkarten heißt auch die heitere Seite, das figurative Element und zugleich wieder das kollektive Element, nämlich das eine ist eine Postkarte, die das Laternenfest mitbespielt und das andere ist ja eine Architekturfigur, eine Vermenschlichung von Architektur, auch eine Persiflage auf die Architekturvision vielleicht seiner Kollegen, bis hin zu Bruno Taut, der dann irgendwelche kristallinen Tempeln auf die Wolken setzt. Und da macht er auch eins, sagt, ach, kann ich auch, machen wir da auch mal mit. Ein weniger bekannter, aber durchaus wichtiger Bauhauskünstler war Georg Muche, der als ganz junger Mann mit Anfang 20 bei Herbert Walden in der Kunstschule schon eine Anstellung bekommen hat und aufgrund dieser Erfahrung dann ans Bauhaus berufen worden ist und sich dann teilte in der Grundlagenausbildung ein Semester lang Itten, ein Semester lang Muche, beide waren auch Mazdas-nahen Anhänger, will ich heute nichts dazu sagen, also eine persische, auf die persische Kultur abhebende amerikanische Sekte hat nach dem Ersten Weltkrieg Zulauf in ganz Europa gehabt, in Leipzig große Jahrestagungen macht und sind dann in der Schweiz gelandet, also dubiose Geschichten in einer Zeit der Umbrüche, der Umbewertungen und wenn man sich nach neuen Werten sehnt und danach sucht, findet man gelegentlich auch eine Sekte, die spielt aber jetzt keine große Rolle. Wir sehen gewissermaßen ein Entree-Bild, um ans Bauhaus zu kommen, nämlich das große Bild 20, das Muche in einer großen Schenkung noch zu Teilungszeiten unseres schönen Landes geschenkt hat. Wieder ein Schwenk in die jüngere Geschichte, Muche schenkt Mitte der 80er Jahre einen Teil seines Nachlasses an die Kunsthandlung zu Weimar, also in mein heutiges Bauhausmuseum, einen zweiten Teil an die Nationalgalerie Berlin und einen dritten Teil an das gerade auch aus politischen, kulturpolitischen Gründen nach Berlin, von Darmstadt nach Berlin herübergesiedelte Bauhausarchiv Berlin. Er hat es also allen Politikern im Osten wie im Westen gezeigt und gesagt, es gibt eine deutsche Nationalkultur und entsprechend wird geschenkt. Das finde ich aber wichtig, auch Künstler können, und ich stehe dafür, Künstler sollten sich politisch einmischen mit ihrer Kunst und wenn es dann auch nur eine Schenkung ist. So, was passiert aber dann sehr eng, ich hatte ihn als Freund von Itten charakterisiert, mit seiner Kunst noch in der frühen Bauhausphase, wir sehen dann ja auch klassische Motive wie diese Maske, könnte man an griechisches denken, und dann Kartoffeln und Eier stillleben, ist eben auch kein naturalistisches Stillleben, es ist auch kein impressionistisches Stillleben, ist es auch nicht mit Expressionismus zu erklären, sondern eine andersartige, vielleicht auch einzigartige Form der Abstraktion mit Strukturbildungen, die andere Künstler so nicht gemacht haben. Gerhard Marx scheint ganz draußen vor zu sein in dieser Diskussion, nein, Gerhard Marx als Bildhauer, Grafiker, der gerade auch in dieser frühen Zeit, in den frühen 20er Jahren auch Holzschnitte gemacht hat, viel Grafik gemacht hat, der uns aber eigentlich als eher realistischer Bildhauer bekannt ist, hat hier ein wunderbares Spektrum mit einer fast gegenstandslos abstrakten Landschaftsdarstellung unten, mit einem Wegweiser Bauhaus-Typografie, also es geht nach Jena, von Dornburg nach Jena, der Wegweiser, als einer, der wie Lionel Feininger und wie Paul Klee auch gelegentlich einen Joke drauf hatte, einen Witz machen konnte, hier wie eine Karikatur, der aber auch porträtnah bis fast heute erkennbare Otto Lindig, also ich, Lindig habe ich leider nicht mehr kennengelernt, aber ich kenne Lindig Fotos durch sein ganzes Leben, selbst auf den Altersfotos als 70-Jährigen erkennt man ihn an dieser Ofenkachel für einen Ofen am Bauhaus in dem Internatsgebäude, wo die Studierenden untergebracht waren. Und durchaus eine expressionistische Geste haben wir in der goldgefassten, in diesem goldgefassten Madonn-Relief. Karl-Peter Röhl als Erfinder des Bausignis, ich hatte ihn schon als Meisterschüler der Großherzogisch-Sächsischen Kunsthochschule Weimar charakterisiert, kommt wie eine ziemlich große Gruppe an seine Hochschule nach dem Kriege zurück. Auf einmal waren sie alle Bauhäßler, wenn sie dann wollten. Also Röhl hat also heftig mitgetan und wir sehen eben auch ein solches Schlüsselwerk auf der linken Seite, ein Gemälde, eine kosmische Vision, wir haben eine solche kosmische Vision, ich glaube das ist das, was hier auch abgebildet ist, hier auf der Wand hängen, auch ein ganz bedeutendes druckgrafisches Oeuvre, etwa zeitgleich mit Leinen Feininger, aber eben dann doch wenig Feininger drin und mit langem Nachdenken und da wir ja heute wieder Krieg haben, nahe bei in der Ukraine, alle diese Arbeiten sind mit kosmischer Vision von uns Kunsthistorikern bezeichnet. Röhl hat kaum Kriegsdarstellung gemacht, er war aber an der französischen Front. Ich möchte eher heute eine Doppelbedeutung in diesen Bildern sehen, auf der einen Seite sind es noch die explodierenden Granaten und auf der anderen Seite ist es die Vision einer neuen Zeit mit kosmischen Visionen. Und Röhl macht vielleicht den größten Sprung oder die größten Sprünge in seinem Werk, wir sehen unten, ich glaube 1921 diese Grafik, wo er einen weiblichen Akt mit geometrischen Elementen verbindet, also durchaus mit hoch abstrahierten Elementen verbindet und dann ganz gegenstandslos abstrakt eines seiner berühmten Destail-Gemälde, er war gewissermaßen der Stadthalter von Destail, dieser holländischen Avantgarde-Bewegung in Weimar, nachdem er sein Atelier Theo von Duisburg zur Verfügung gestellt hatte für den berühmten Destail-Kurs in Weimar 1922, wo die Bauhäuser aus dem Bauhaus rausgerannt sind, um sich das Neueste der holländischen Avantgarde anzugucken und es zu praktizieren und damit aber auch die Umwandlung des Bauhauses von einem expressionistisch geprägten Institut zu einem wirklich modernen zu etablieren. Und unten sehen wir schräg fotografiert, weil gar nicht anders zu machen zu machen. Eine 4,5 Meter lange Grafik, eine Partitur, die ich bei Auflösung des Haushaltes und Gründung der Röhl-Stiftung in der Wohnung Röls gefunden habe. In der Speisekammer war eine solche Papierrolle und ich hatte die Schlüssel innerhalb, das war alles schon aufgeräumt und ich wickle die aus und erlebe eine Filmentdeckung. 4,5 Meter Partitur Karl-Peter Röls. Oskar Schlemmer wäre noch zu nennen mit wiederum einer Werkstatt, die exorbitant wichtig ist für das Bauhaus, nämlich die Bühnenwerkstatt. Vorher schon als Leiter Lothar Schreyer Sturmbühne in Berlin aus Herbert Walden ist aber gescheitert, weil er seine expressionistischen Bühnenexperimente nicht mehr mit den viel aufgeschlossenen modernen Studenten machen konnte. Die Studenten haben einfach gesagt, wir machen nicht mehr mit, er musste gehen und Schlemmer war schon in Weimar und war dann die exzellente richtige Besetzung und wir sehen ja aus seinem triadischen Ballett ein Foto, wunderbare Fotos im Original sehen wir an der Wand hängen. Sein triadisches Ballett wird immer mit Stuttgart in Verbindung gebracht, Uraufführung natürlich 1922 in Stuttgart, aber alle Kostüme, alle Masken sind durch Bauers, Studierende, in Weimar gemacht worden. Es ist also ein kollektives Bauersprojekt und das Thema Mensch ist, wie wir hier sehen, bei all diesen Beispielen, ausgewählten Beispielen, das zentrale Thema und bleibt für das ganze Leben das zentrale Thema von Oskar Schlemmer. Er Er hat Er hat dann auch einen Studiengang der Mensch, der weit über die Vermittlung nur von Gestaltungsfragen ging, nämlich es ging dann um die neuesten psychologischen Erkenntnisse, ich sage nur Sigmund Freud und Wien, alles ist ja im Background auch noch mitzudenken, also es geht immer um den ganzen Menschen. Und wir sehen hier die rekonstruierten Reliefs und Wandgemälde in den Foyers des sogenannten Wandel-Welde-Baus in Weimar, also des Bauhausgebäudes, eines der Bauhausgebäude. Wieder ein politischer Schwenker an dieser Stelle. Diese Dinge, diese Werke sind 1930 schon zerstört worden, heute ist man 1933 genannt worden. Die meisten von Ihnen wissen, die große Aktion der entartete Kunst mit der großen Ausstellung im Haus der Kunst in München ist 1937 gewesen. Und wieder ist es Weimar als negativer Vorreiter. 1929 gab es Landtagswahlen in Thüringen, Landeshauptstadt Weimar, NSDAP, zweitstärkste Partei, also die Nazipartei wird regierungsbeteiligt, Vizeministerpräsident, der zukünftige Gauleiter, der dann das Ressort des Inneren und des Kultus besetzt, ein Superministerium. Das wünsche ich mir, wenn ich nochmal an die Politik gehe. Dass ich immer draufhauen kann auf die Studenten und auf sonstige Leute, die nicht meinen kulturpolitischen Vorstellungen entsprechen. So, und dieser Wilhelm Frick hat drei Dinge getan, 1929, 30, das finde ich eben wichtig, denn wäre den Anfängen. Er hat angewiesen die Zerstörung von Kunstwerken im öffentlichen Raum, die wir hier sehen, die dann seit den 70er Jahren als angewiesen die Schließung der Bauhaus Nachfolgeschule, wo 80% der Lehrkräfte Bauhäuser waren, Hochschule für Handwerk und Baukunst Weimar, also ein zweites Bauhaus in Weimar 1926 bis 30, in dem einige Bauhaus programmatische Elemente früher schneller realisiert worden sind, als am realen Bauhaus dann in Dessau. Verbunden mit der sofortigen fristlosen Entlassung aller mit dem Bauhaus verbundenen Lehrkräfte. Und schließlich drittens gab es in Weimar ein reales Bauhausmuseum mit einem ganzen Raum voller Klee Gemälde, ein Raum Kandinsky, ein Raum Schlemmer und so weiter, ein Raum Feininger. Ausgewählt aus den Ateliers von den Künstlern mit dem Museumsdirektor zusammen, die besten unverkäuflichen Werke hingen von 1923 bis 1933 in Weimar in den staatlichen Kunstsammlungen zu Weimar. Ab 1925 verbunden mit 160 wieder von beiden Gropius und Wilhelm Köhler ausgewählten Design Klassikern des Bauhauses. Es gab also in Weimar sieben Jahre lang schon mal ein großes Bauhausmuseum mit einer Qualität in der Bildungskunst, die heute kein Museum der Welt hat. Mojli Nötzsch als letzter, Sie geben mir bitte noch fünf Minuten oder auch zehn. Mojli Nötzsch ist auch einer, der kommt nun als letzter, der passt nun in diesen Rahmen der älteren Generation, halbgeneration älteren Künstler nun gar nicht rein. Heute würde man sagen, er ist erstmal ein Universalkünstler, ein Allround-Künstler, ein Crossover-Künstler und jemand, der als Konzeptkünstler sich hervortut. Und das Beispiel, es steht links eins seiner Telefonbilder. Seine Idee war demokratisierende Kunst, nicht das Original, ist mehr das Entscheidende, das sind natürlich fundamentale Eingriffe auch in kunstphilosophische Geschichten und er entwirft Kunstwerke, die in der Geometrie und in der Farbigkeit Arbeit über die Telefonkabel nach New York, nach Buenos Aires, nein, vielleicht noch nicht, aber Sao Paulo und natürlich in ganz Europa verschickt werden konnte und in Berlin in beliebiger Größe von Privatpersonen, Institutionen dann vergrößert werden konnten. Konzeptkunst schon ab den frühen Weimarer Bauhausjahren. Er macht das auch dreidimensional, er ist natürlich auch ein Grafiker und das zentrale Thema für ihn, der auch Fotografie, ich glaube das kommt als nächstes noch, der sich mit Fotografie im Film und auch anderen Dingen beschäftigt hat, sind Licht und Bewegung und er ist einer der ersten, der dann Licht und Fotografie im Sinne von Fotogramm zusammenbringt, der aber auch so eine Konstruktion mit Bewegungsbahnen macht, wo es also völlig neue Eindrücke für Besucher, für Kunstrezipienten im Raum gibt. Also wieder eine Spiralgeschichte, wo dann Ton und Klänge, Lichtinstallationen, Film etc. etc. in einer solchen Spezialarchitektur gemacht werden können. Und eine Partitur von Moholi-Nocz, wo verschiedene Elemente zusammen, wirklich in einer Realpartitur zusammengefasst sind, sehen wir am rechten Bildrand. Die Schüler machen Eigenständiges, darum ging es mir vom Auftakt an. Und es passieren sensationelle Dinge. Kurt Schmidt, ein dann völlig unbekannter Künstler, erst mit Bauhaus-Revival wieder entdeckt worden, macht eine solche Licht- und Farben-Orgel. Eine zweite Bezeichnung, hier steht noch was anderes dran. Man muss also einmal links vorbei, einmal von hin und zurück an diesem Relief vorbeilaufen, hat auf der einen Seite eine warme Seite, kommt hier, wie wir sehen, in die neutrale Lage, also warm und kalte Farben ausbalanciert und kommt dann in den kalten Bereich. Also so wie man um eine Rundplastung einmal drum herum gehen muss, meinetwegen um den Turm des Feuers, müsste man hier also auch an dem Kunstwerk mehrmals vorbeilaufen, um es voll erfassen zu können. Dann haben wir die Studierenden im Frühjahr 1919 als Erste, die eine eigene Zeitschrift herausgegeben haben. Das Bauhaus bringt eine eigene Zeitschrift erst 1926 in Dessau heraus. Die Studenten erkennen aber die Wirkung des neuen Mediums, also Drucksachen sofort und werfen ihre Ideen in das Publikum, der Austausch mit expressionistischer Grafik 1919. auch geschützte Elemente, die man, wo man heute sagen wird, dass es Musterschutz oder es kodiert durch einen Firmenstempel sehen wir ja ganz recht. Das ist also das Signet des Bauhauses, was gerade aufgelegt worden ist von Oskar Schlemmer. Ein Studierender übernimmt es und macht das Plakat für die große Bauhausausstellung 1923. Alles Dinge, die heute völlig undenkbar wären. Darum sage ich immer, alle Bauhausideen waren in einem offenen Pool und die Studierenden, aber auch die Lehrkräfte konnten mit den Ideen der anderen Kollegen weiterarbeiten, eigene Kreationen schaffen. Und dass es auch ganz etwas anderes ging, also ich würde heute sagen, das ist eine neue Wilde hier unten, eine der Bauhäßlerinnen, so haben sie sich selber gesehen, dargestellt, aber vom männlichen Kollegen Max Pfeiffer Wartenfuhl gemalt, ist etwas, was wir jetzt in den ganzen Vortrag überhaupt noch nicht gesehen haben. Also wieder eine eigenständige, ganz starke künstlerische Position. Als letztes drei Folien noch, um zu zeigen, wie bedeutsam all diese künstlerischen Inspirationen, diese künstlerische Grundlagenausbildung auch für den künstlerischen Prozess der Designer gewesen ist. Und bewusst nehme ich die Bauhausfrauen als erstes, weil sie die größte Gruppe gebildet haben, weil sie die stärkste und erfolgreichste Werkstatt bestückt haben, nämlich die Textilwerkstatt des Bauhauses. Und da sehen wir stilistisch sehr unterschiedliche Dinge. Wir sehen den berühmten Kinderzimmerteppich, den ich mal neu interpretieren will. Im Museum hat er bei uns immer an der Wand gehangen und die Kinderstühle, Kindermöbel sind nicht mehr draufgestellt worden. Also man kann ihn durchaus als ein großes konstruktivistisches Wandbild beschreiben. In einer Gestaltungs- und Farbqualität, da kann keines der Gemälde von Kandinsky, Klee, Feininger dagegen, ich sag mal was Böses, anstinken, gegenhalten, weil dieses Ding einfach so groß ist. Es ist doppelt, dreimal so groß wie die größten, immer für Wohnzimmergröße gemalten Bilder der Bauhausmeister. Die schiere Größe macht es auf der einen Seite, aber wenn man alle Scheuklappen mal wegnimmt und den Star-Bonus mal wegdenkt, sind diese Arbeiten herausragende Kunstwerke. Ob es nur eine solche Komposition ist, ob es eine Quadratkomposition mit einer ganz subtilen Farbigkeit ist, ob es eine, ich sag mal, weitgehend schwarz-weiß Grafik ist an dieser Stelle oder ob es gar ein geknüpfter Teppich ist mit geometrischen Elementen oder all diese Dinge schon hinter sich lässt, Bilder an die Wände zu hängen oder auch auf den Fußboden zu legen. Solche Farbreihen sind das Oberfeinste und sind der, ich gucke immer an die Kunsthistoriker ein in der Runde, sind dann der allgemeinen Kunstgeschichte dann schon wieder Jahrzehnte voraus. Sowas kommt dann in der bildenden Kunst Jahrzehnte später. Das machen die Bauhausfrauen. Jetzt mache ich trotzdem noch einen Schwenk und sage, die Bauhausfrauen waren auch so viel cleverer als ihre männlichen Kollegen. Gunther Stölzl, die dann als Jungmeisterin die Weberai-Werkstatt, Taxi-Werkstatt in Dessau übernimmt oder Benita Koch-Otte, die Stelle war ja nun am Bauhaus besetzt, die an der Burg Gebichenstein die gleiche Stelle besetzt, fliehen aus dem Bauhaus schon 1922, weil sie merken, es ist eine geistige und technisch-materielle Enge. Wir können hier nicht alles lernen, was wir lernen wollen. Also suchen sie sich die besten anderen Orte in Deutschland aus und gehen ziemlich weit in Richtung Westen nach Krefeld, damals eines der größten Textilzentren Deutschlands, Seidenweberzentrum mit Textilfachschule etc. und belegen einen Färbereikurs in den Semesterferien im Sommer mit zwei Elementen, traditionelles Färben mit Naturfarben, heute wieder ganz innen und damals ganz neu mit den neuen chemischen Farben. Zwei Studenten kommen zurück ans Bauhaus und richten die Färberei am Bauhaus ein. Das heißt also, Studenten übernehmen eine Abteilung, ein Department und sind die Fachleute und unterrichten. So, Punkt Nummer eins. Trotzdem, wer sich nicht wehrt, kommt immer noch an den Herd, also gehen die beiden Frauen nochmal nach Krefeld, ein Jahr später. dort war ein sogenannter Fabrikantenkurs ausgeschrieben. Ich sag's mal etwas schnutzig, ein Crashkurs in Sachen BWL und das qualifizierte natürlich diese Frauen viel mehr als die Männer in der Metallwerkstatt, in der Tischlerei oder in der Keramikwerkstatt, die so etwas nie gemacht haben. Diese beiden Frauen, die das ja sofort an ihre Mitkommunikationen weitergegeben haben, haben also eine komplexe Ausbildung organisiert, wie sie das Bau selbst nicht anbieten konnte. Letzter Punkt und dann höre ich aber auch wirklich auf, zeige die anderen Dinge nicht, nein, das ist nicht mehr nötig. Diese Frauen haben dann Textilunternehmungen geführt und diese Frauen haben Prototypen für die Industrie entwickelt. Das bedeutete aber auch, dass sie naturwissenschaftlich technische Untersuchungen mit neu entwickelten Textilien selber organisiert haben. Sie sind also in technische Labors gegangen, um Reißfestigkeit zu testen, unter anderem dann für die Gurtbespannung von den berühmten, von den Männern konstruierten Stühlen oder aber auch um die akustischen Eigenschaften von Textilien zu erkunden und drittens um die optischen Eigenschaften von neu entwickelten Textilien zu erkunden. Also wissenschaftlich-technische Untersuchungen mit neu entwickelten Produkten, auch das haben die männlichen Kollegen in den anderen Werkstätten so nicht gemacht. Deshalb nochmal eine Lanze gebrochen für das Bauhaus als eine Schule, wo Gropius sagte schon 1923 Kunst und Technik eine neue Einheit. Die Frauen haben es gerade vorgemacht und die Werkstätten, die ursprünglich Ausbildungswerkstätten waren, wo wirklich noch Hand gedengelt worden ist oder am Handwebstuhl was gemacht worden ist, die Werkstätten wurden zu Laboratorien für die Industrie. Die Geburtsstunde des Designs. unverzichtbar die Mitwirkung, die Hilfe der Avantgarde-Künstler aus ganz Europa, die haben nämlich, weil auch unter anderem, weil sie keine Ahnung von all diesen technischen Dingen hatten, immer den Kopf frei gehabt und den Kopf frei gemacht bei den Studierenden und den Handwerkern in den Werkstätten den Weg frei gemacht für Innovation und Erfindung. Dankeschön. Untertitelung